Hallo und herzlich willkommen. Ja, es ist ja nicht soweit. Ich kann Battlefield 3 Endgame spielen und ich dachte eigentlich schon, ich habe mich ein bisschen mit dem Datum vertan, dass ich es schon runtergeladen hätte, musste das heute nachholen und spiele das jetzt gerade auch zum allerersten Mal. Also ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal eingeschaltet und auch direkt den Aufnahmeknopf gedrückt. Dies ist meiner Information nach eine neue Map. Ich habe ja immer noch nicht alle Maps gespielt. Das tut mir wirklich sehr leid, dass ich ja teilweise doch recht unwissend bin. Uh, was war das denn? Und es gibt ja sehr viele Neuerungen und wir spielen jetzt Capture the Flag. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber wie gesagt, ich stütze mich einfach mal rein. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Da fahren wir auch schon mit. Wir haben zwei. Der Feind hat eure Flagge aufgehoben. Wir fahren zur Flagge. Ah, ich sehe. Da hinten, alles klar. Ja, ja. Jetzt hat mein Team die Flagge wieder. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, aber ich möchte jetzt hier nochmal aussteigen. Ich gucke mir das nochmal an. So. Oh, äh, oh, oh, ja. Ich sehe, der Server ist etwas am laggen. Das kann nicht ich sein, weil ich im Hintergrund wirklich nichts mache. Na, na? Verdammt. Na, das ist natürlich sehr blöd, dass es hier quasi wieder unspielbar ist. Und ich tot bin. Ich weiß nicht, ob man es mir während der Aufnahme, äh, ob man das merkt, aber es ist wirklich schon extrem am ruckeln gerade. Und ich möchte ja auch das von, ähm, dem Let's Play Together, was ich mit den German Snake gemacht habe. Ist ein bisschen laut gerade. Äh, das möchte ich natürlich auch irgendwie wieder gut machen. Und eigentlich wollte ich besonders gut spielen. Hm. Wo stehe ich denn so? Ja, ich stehe wie immer ganz unten. Das kenne ich ja. Ich habe aber auch 35 Punkte. So. Und da möchte ich doch jemanden töten. Na, komm. So. Das ist hier gerade wirklich schwer, muss ich sagen. Weil es halt so super verzögert ist. Dabei wollte ich das jetzt alles schön zeigen. Wo sind die Dirtbikes? Ich möchte eins fahren. Oh. Schnell weg. Oh. Der hat mich dann wohl doch gesehen. Weil ich natürlich da rumgekrochen bin. Ja, komm. Ich bin jetzt einmal, einmal gestorben nur? Es kommt mir vor, als würde ich hier die ganze Zeit sterben. Okay, wir möchten die Flagge einnehmen. Wir möchten die Flagge einnehmen. Und das machen wir doch auch mal direkt. Endlich mal. Aber erstmal schaue ich noch, ob wir da irgendwelche Leute haben, die da nicht sein sollen. Zum Beispiel da hinten. Und jetzt mache ich mal den hier, weil mich nämlich irgendjemand von Weitem abschießen will. Nee, nee, so geht das nicht. Einen Moment, ich muss ja erstmal gucken. Und dann drücken wir mal Kuh. So. Tschüss, feindlicher Helikopter. Irgendjemand würde ich schon abschießen, weil ich das noch nicht kann. Noch nicht so wirklich. Oder? Nee, nicht wirklich. Oh. Oh. Dann verstecke ich mich mal ein bisschen. Nein, nein, du siehst mich nicht. So. Ah. Ah. Wow, was war das? Okay, das war dann wohl er. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Die Flagge zu holen ist natürlich schwer, weil das ist ja nicht so wie bei den Flaggen einnehmen, dass an manchen Punkten Leute sind, an manchen nicht. Wenn man Glück hat, hat man dann halt eine freie Flagge. Nein, hier trägt jemand die Flagge und hier muss ich natürlich zuerst töten. Und ich denke mal, ich laufe einfach mal diesen netten Herren hinterher. Oh, oh. Oh, 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 oh. Beschütze dich. Moment, warte. Ah, ah. Ah, Steinhoden. Wie konntest du mir das nur antun? Mensch, jetzt haben wir die Flagge wieder verloren, oder? Hm. Ich habe ja schon Lust, hier halb ein bisschen dort weit zu fahren. Ich habe nur leider noch keins gesehen. So, da hinten ist also die Flagge. Er steht mir ein bisschen im Weg. Und da werfen wir mal die Panikgranate. Das macht schon Spaß, muss ich sagen, wenn man nicht gerade so wie ich das Mikro... Huch. Das Mikro... Ist das die Flagge? Du hast die Flagge... Achso, oh Gott, ich habe die. Rinn, lauf. Oh! Ich hatte sie ganze zwei Sekunden. Mann, bin ich jetzt stolz auf mich. Ja, immerhin, ne? Ich dachte, ich muss irgendwas drücken, um die aufzunehmen. Wie gesagt, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß gar nichts. Ich bin die einfach nur so... Ja, so reingeschlendert. Da hat man mir gedacht... Learning by doing. Aber okay. Ah, ich glaube, ich fahre mal mit. Okay. Ähm, ich kann aber nichts... Ich kann nichts... Ich kann nicht... Was kann ich denn hier überhaupt machen? Ich muss hier raus. Fahr du mal. Ich mach mal hier den hier. Na, den muss ich ja ab und zu machen. Das passiert schon ganz automatisch. Okay, die feindliche Flagge... Oha. Nein, 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 nein. Flaggen aufheben gibt es nicht. Oh, hier muss ich aufpassen. So. Gut, die Flagge ist nicht mehr so weit entfernt. Aber ich glaube, irgendjemand wird sie vor mir aufheben. Aber wir können uns natürlich schon in der Zwischenzeit mal die Map hier anschauen. Ich fand die... Ich weiß nicht, ich wollte zuerst die Map spielen. Weil ich mir gedacht habe, mit Schienen und sowas alles, das gab es ja jetzt noch nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und deswegen... So wie immer in so Spielen, ne? Werde ich mal... Hier, oh. Da ist ein Dirtbike. Oh, ich will es haben, ich will es haben, ich will es haben. Nein, warte auf mich. Ich will es haben. Yeah. So. Ja, so. Oh, ich fahre aber auch völlig falsch. Warum fahre ich hier hin? Einfach nur, weil ich es einmal fahren wollte. Boah, das ist ziemlich schnell, muss ich sagen. Boah, Moment. Ich würde mal sagen, wieder zurück. Au, das macht richtig Spaß. Das macht Spaß. Wie gesagt, seht es mal als kleine Vorstellung und nicht als wirkliche Runde, weil ich jetzt tot bin auch. Oh. Und da kam nochmal ein Feuerchen. Ach, schade. Das hat jetzt wirklich Spaß gemacht. Ich fand das jetzt richtig toll. Und wie bin ich denn? Ja. Halt so wie immer, ne? Ich kenne es ja nicht anders. Obwohl manchmal... Mal ganz im Ernst. Manchmal bin ich ja nicht so schlecht. Nur ein bisschen. Okay, ich sehe. Da ist unsere Flagge. Die müssen wir wahrscheinlich jetzt auch erstmal... Ich kenne es nur noch aus anderen Spielen, dass wir die trotzdem erst aufnehmen müssen. Also unsere Flagge und die... Ne, Moment mal. Doch. Oder? Ne, die ist jetzt hier und die kann keiner wegnehmen. Das heißt, ich müsste die theoretisch hier verteidigen. Hallo? Ich will auch eins. Da. Oh Gott. Oh Gott. Nicht nehmen. Nicht nehmen. Oh ja. Oh ja, oh ja. 600. 500. Boah, mein Gott. Man ist so schnell mit den Dingern. Hoffentlich kommt mir jetzt keiner entgegen. Oh, da vorne sehe ich schon, dass ich ein bisschen aufpassen sollte. Ich sollte eigentlich hier generell... Ich muss hier... Ich fahre einfach vorbei. Tula, ihr seht mich nicht. Und du da vorne auch nicht, weil ich dich nämlich jetzt überfahre. Habe ich ihn gekriegt? Nein, schade. Okay, nicht mehr lange, nicht mehr... Oh, oh, oh. Gegner eliminiert?